Herzlich willkommen bei dem Familienrecht-Podcast von YourFent. Wir sprechen heute über das Thema Unterhalt und Rente. Wann müssen Sie als Rentner Unterhalt zahlen? Sie erfahren wann und vor allem unter welchen Voraussetzungen Sie auch als Rentner in der Unterhaltspflicht stehen und wie Sie mit Ihrer Pflicht umgehen. Da Ihre Trennung und Schadung vom Partner noch eine ganze Reihe weiterer Fragen aufwirft, finden Sie auf unseren Portalen scheidung.de, trennung.de und unterhalt.com weitere hilfreiche Ratgeber. Nehmen wir das Wichtigste vorweg. Der Unterhalt dient der Existenzsicherung des Expartners nach der Scheidung. Der Unterhalt bemisst sich nach Ihren Einkommensverhältnissen. Auch Ihre Rente zählt als Einkommen. Die Frage ist, inwieweit sich die Höhe des Unterhalts ändert, wenn Sie das Renteneintrittsalter erreichen oder wie sich die Rente berechnet, wenn Sie sich als Rentner scheiden lassen. Wir erklären, welche Auswirkungen die Rente auf den Unterhaltsanspruch hat und was unter dem Altersvorsorgeunterhalt zu verstehen ist. Wo liegt eigentlich das Problem? Im Alter sollte ja alles einfacher werden. Leider ist die Wirklichkeit oft eine andere. Lassen Sie sich scheiden, müssen Sie bei normalen Einkommensverhältnissen genau kalkulieren, wie weit Ihre Rente zum Leben reicht. Ein Lichtblick ergibt sich daraus, dass nacheheliche Unterhaltsansprüche dem Grundsatz nach zeitlich befristet sind und nur so lange bestehen, als der Expartner bedürftig ist. Vor allem, wenn Sie bereits vor Ihrer Rente Unterhaltsleistungen an den Expartner erbracht haben und Ihr Einkommen durch die Rentenzahlung vermindert, stellt sich die Frage, inwieweit Sie die Unterhaltszahlung herabsetzen können. Neben dem Unterhaltsanspruch nach der Scheidung ist im Regelfall der Versorgungsausgleich wichtig. Danach werden die Rentenanwartschaften, die Sie und Ihr Expartner während der Ehe erworben haben, untereinander aufgeteilt. Derjenige Partner, der überhaupt keine oder nur geringere Rentenanwartschaften erworben hat, erhält dadurch eine zusätzliche Existenzsicherung, wenn er selber das Renteneintrittsalter erreicht. Soweit dem Expartner daraus seine Rente erwächst, ist dies Rente als Einkommen bei der Bemessung des Unterhalts zu berücksichtigen. Wann besteht überhaupt ein nachehelicher Unterhaltsanspruch nach der Scheidung? Wir reden hier über den nachehelichen Unterhaltsanspruch nach der Scheidung. Wir reden damit eigentlich über eine Situation, die das Gesetz als Ausnahmefall betrachtet. Ab der Scheidung ist nämlich jeder Ehepartner selber für seinen Lebensunterhalt verantwortlich. Das ist an sich der Regelfall. Der Expartner kann nur dann nachehelichen Unterhalt nach der Scheidung fordern, wenn er oder sie selber aufgrund seiner Lebenssituation aus ehebedingten Gründen unterhaltsbedürftig ist und dazu einen der sieben im Gesetz geregelten Unterhaltstatbestände begründen kann. Lässt sich keine derartige Bedürftigkeit begründen, besteht auch kein Unterhaltsanspruch. Als Unterhalt nach der Scheidung kommt der Unterhalt wegen der Bedrohung eines Kindes in Betracht, Unterhalt wegen Alters, Unterhalt wegen Krankheit oder wegen eines Gebrechens, Unterhalt wegen Erwerbsfähigkeit oder wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu gewährleisten oder wenn der Expartner eine Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung macht. Entfällt denn der nacheheliche Unterhaltsanspruch mit Renteneintritt? Gehen Sie in Rente, bleiben Sie nach wie vor verpflichtet, einen nachehelich begründeten Unterhaltsanspruch zu bedienen. Voraussetzung ist, dass die Bedürftigkeit Ihres Ehepartners weiterhin begründet ist. Der Unterhaltsanspruch ist im Hinblick auf Ihr infolge der Rentenzahlung vermindertes Einkommen allerdings neu zu berechnen. Beispiel. Ihr Expartner kann sich nach der Scheidung nicht selbst unterhalten und ist aus krankheitsbedingten Gründen auf nachehelichen Unterhalt angewiesen. Solange die Krankheit besteht, bleiben Sie unterhaltspflichtig. Erst wenn sich die Krankheit erledigen sollte und somit die Bedürftigkeit des Expartners entfällt, entfällt doch Ihre Unterhaltspflicht. Rente und Unterhaltspflicht stehen also nicht in einem direkten Zusammenhang. Es ist auch nicht relevant, ob Sie vorzeitig in Rente gehen oder das Renteneintrittsalter erreichen. Entscheidend ist allein, dass der Expartner bedürftig ist und Sie finanziell in der Lage sind, Unterhalt zahlen zu können. Wie berechnet sich der Unterhalt im Hinblick auf die Rente? Ihre Rente zählt als Einkommen. Weil Ihre Rente niedriger ausfällt, als Sie im Beruf erwirtschaftet als Einkommen, muss der Unterhaltsanspruch mit Eintritt ins Rentenalter neu berechnet werden. Grundlage ist stets Ihr sogenanntes bereinigtes Nettoeinkommen. Dieses bereinigte Nettoeinkommen ergibt sich daraus, dass Sie von Ihrer Bruttorente alle Verbindlichkeiten abziehen, die Sie notwendigerweise bedienen müssen. Dazu gehören Steuern, Sozialversicherungsbeiträge sowie alle e-bedingten Verbindlichkeiten. Der Unterhalt berechnet sich dann in Abhängigkeit von Ihrer Lebenssituation und der Lebenssituation Ihres Partners. Lassen Sie uns zwei Fallbeispiele besprechen. Sie sind Rentner. Ihr E-Partner verdient eigenes Geld oder ist erwerblos. Ihre Rente zählt als Ihr Einkommen. Dafür müssen Sie dann im Regelfall drei Siebtel an Ihren E-Partner als Unterhalt zahlen. Beispiel. Ihre Nettorente, hier sogenanntes bereinigtes Nettoeinkommen, beträgt 2.100 Euro. Daraus ergibt es ein drei Siebtel Unterhaltsanspruch in Höhe von 900 Euro für Ihren Ex-Partner. Ihnen selber verbleiben noch 1.200 Euro. Dieser Betrag ist im Übrigen der Selbstbehalt, der Ihre eigene Lebensgrundlage gewährleisten soll. Der Unterhaltsanspruch verringert sich, wenn Ihr Partner eigenes Geld verdient. Anderes Beispiel. Sie und Ihr Ex-Partner sind beide Rentner. Sind Sie beide Rentner und beziehen eine Rente, wird der Unterhalt anders berechnet. Es gilt jetzt der Halbteilungsgrundsatz. Jedem Partner steht dann die Hälfte der Differenz beider Renten zu. Bezieht der Ex-Partner eine Rente, kann sich diese Rente auch daraus ergeben, dass Sie anlässlich Ihrer Scheidung den Versorgungsausgleich durchgeführt haben. Ihr Ex-Partner hätte dadurch eigene Rentenansprüche erworben, weil Ihre Rentenansprüchen durch den Versorgungsausgleich anlässlich der Scheidung aufgeteilt wurden. Beispiel. Ihre Rente beträgt wieder 2.100 Euro, die Ihres Partners 1.000 Euro. Als Differenz ergeben sich 1.100 Euro. Diese Summe wird aufgeteilt. Ihr Ex-Partner hätte den Anspruch auf 550 Euro Unterhalt. Unser gesamter Rentenanspruch beträge dann 1.000 Euro eigene Rente, zuzüglich 550 Euro Rentenanteil von Ihrer Seite. Ihnen selber verbleiben somit gleichfalls 1.550 Euro. Müssen Sie nach dem Renteneintritt auch weiterhin Kindesunterhalt zahlen? Sind Sie gegenüber einem minderjährigen oder einem volljährigen privilegierten Kind? Privilegierte Kinder sind Kinder, die zu Hause bei einem Elternteil leben und sich in der Schul- und Berufsausbildung befinden. Sind Sie also gegenüber einem minderjährigen oder einem volljährigen privilegierten Kind unterhaltspflichtig, müssen Sie auch nach Renteneintritt wie bisher Kindesunterhalt zahlen. Ihr Renteneintritt ändert nichts daran, dass das Kind unterhaltsbedürftig ist. Sollten Sie wegen Ihres Selbstbehalts keinen Unterhalt mehr zahlen können, wohl aber noch arbeiten können, sind Sie verpflichtet, alles zu tun und den Unterhaltsanspruch sicherzustellen. Unter Umständen kann Ihnen ein fiktives Einkommen zur Berechnung des Unterhalts angerechnet werden. Fiktive Einkommen sind Einkommen, die Sie theoretisch erzielen könnten. Aber werden Sie Rentner, hat dies dennoch Auswirkungen auf die Höhe des Kindesunterhalts. Da sich nämlich Ihr Einkommen infolge der geringeren Rentenzahlung vermindert, verringert sich auch der Anspruch Ihres Kindes auf Unterhalt. Der Kindesunterhalt vermisst sich in Abhängigkeit von Ihrem Einkommen nach der Düsseldorfer Tabelle. Altersvorsorgeunterhalt. Geht es im Hinblick auf die Rente um die Berechnung des Unterhalts nach der Scheidung, spielt auch der Altersvorsorgeunterhalt eine große Rolle. Der Gesamtunterhalt beinhaltet nämlich den Elementarunterhalt für den täglichen Lebensbedarf und den Altersvorsorgeunterhalt für die Vorsorge im Alter. Der Altersvorsorgeunterhalt verpflichtet sie als unterhaltsfähigen Ehepartner auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit des Ex-Partners zu zahlen. Der Anspruch entsteht in dem Augenblick, in dem Ihnen der Scheidungsantrag Ihres Ex-Partners zugestellt wird. Bis zur Zustellung des Scheidungsantrags ist Ihr Partner im Rahmen des Versorgungsausgleichs an Ihrer Altersvorsorgeunterhalt. Mit dem Altersvorsorgeunterhalt kann der wirtschaftlich schwächere Partner zusätzlichen Unterhalt erhalten, um selbst Rentenanwartschaften begründen zu können. Die Zahlungen für den Altersvorsorgeunterhalt sind jedoch zweckgebunden. Das Geld muss für die Altersvorsorge verwendet werden. Insoweit hätten Sie, wenn Sie Altersvorsorgeunterhalt leisten, einen Auskunftsanspruch gegen den Ex-Partner, wie er das Geld verwendet. Ihr Partner kann frei wählen, ob er die Unterhaltsleistungen in die gesetzliche Rentenversicherung oder in eine private Lebens- oder Rentenversicherung einzahlt oder anderweitig Altersvorsorge betreibt. Der Anspruch auf Vorsorgeunterhalt endet mit der rechtskräftigen Scheidung. Ansonsten erde ich den Anspruch, später sind Sie mit der Reichen des allgemeinen Renteneintrittsalters. Sind wir am Ende dieses Beitrags Rundhalt und Rente? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, alles Gute und auf Wiederhören! Untertitelung des ZDF für funk, 2017